Gude, mein Herr, ich bin stehen geblieben. Kannst du mich bitte mal in die Stadt mitnehmen? Ist doch nichts zu befürchten. Nimm mich einfach nur mit. Ja, wenn es sein muss, steige es ein. Sagen wir, dass du mich mitnimmst, ist ja wirklich nicht selbstverständlich bei meiner Statur, dass überhaupt jemand anhält. Und manche meinen auch, es sieht aus wie ein Serienmörder. Na ja, ich meine, statistisch gesehen ist die Chance, dass zwei Serienmörder im gleichen Auto sind, sie relativ gering.